Ja, wir sind jetzt überglücklich, dass wir das geschafft haben. Haben ja nicht viele mit gerechnet, wir haben aber die ganze Zeit an uns geglaubt, ne Kimi? Ja! Ja, jetzt hoffen wir auf jeden Fall, dass wir das morgen wiederholen können. Mit Buxtude kommt der nächste große Brocken auf uns zu, also drückt uns von zu Hause aus wirklich feste die Daumen. Und wir werden uns genauso sehr anstrengen wie heute. Wir freuen uns schon tierisch, aber jetzt lassen wir uns erstmal schmecken, damit wir von morgen genug Kraft haben. Macht's gut, ihr Lieben!